Oh Lamy, pass auf! Oh, zack! Oh, ich krieg dich! Woher hast du eigentlich den Schnee? Wir haben fast Sommer! Ach, den hab ich von da oben vom Berg runtergeholt! Was geht denn hier ab und? Hey Freunde, ich bin's Lamy! Willkommen zu einem neuen Video von mir! Und abonniert diesen Kanal und aktiviert rechts daneben die Glocke, damit ihr immer eine Benachrichtung bekommt, wenn ich ein Video hochlade! Und gebt dem Video einen Daumen nach oben und kommentiert was Liebes, dann habt ihr die Chance, wie jeder andere, ins Video eingeblendet zu werden! Und schaut mal Leute, Wir haben hier so Tunnel, so komische Tunnel und auf jeweil dem Tunnel ist so ein Bild von einem Horrorcharakter, oder? Das ist total gruselig! Also, wir fangen mal von links nach rechts an! Hier haben wir erstmal die Horrorlehrerin, die wir auch in der Schule haben! Hier haben wir... Warte mal, den kenn ich gar nicht! Wie heißt der? Äh, der ist doch aus irgendeinem Gruselfilm, oder? Ja, warte mal... Ist das nicht der, der irgendwie so auf dem Dreirad fährt und irgendwie Spiele mit jemandem spielt? Oh nein, bitte nicht der! Bitte nicht der! Das hört sich doch ganz nett an! Also, ich muss sagen, das hört sich wirklich ganz nett an! Und hier haben wir... Leute, hier haben wir Ice Cream! Den kennt ihr, glaube ich, auch noch! Und... Eiscreme! Nein, nicht Eiscreme, Ice Cream! Aber auf jeden Fall ist es ein Horror-Eismann! Und wo wollen wir zuerst rein? Ehrlich gesagt, will ich nirgendwo zuerst rein! Wartet mal, wir haben hier noch eine Kiste! So, und... Ausrüstung! Okay, wir brauchen... Heißt das, wir werden gegen die Charaktere kämpfen müssen, oder? Na ja, das hört sich auf jeden Fall nach Spaß an! Und ich würde sagen, wir gehen von rechts nach links, oder? Ja! Okay, ich hoffe, da gibt es irgendwelche coolen Preise oder so drin! Und... Tschüss, Leute! Wartet mal! Wir sind hier beim McDonald's? Sollen wir jetzt essen gehen? Irgendwie bin ich verwirrt! Wie sind wir denn jetzt durch die Röhre hier an? Ach, egal, aber warum denn McDonald's? Wollen wir jetzt einfach abbrechen und uns einfach Essen kaufen, oder so? Aber warte, warte, was, wenn das nicht unser McDonald's ist, sondern so eine Fälschung, oder sowas? Tim, wir sind gar nicht in unserer Welt, sondern in einer anderen Dimension, oder? Das wäre ja mal total gruselig! Wow, aber das wäre auch irgendwie spannend! Lass uns trotzdem mal reingehen, vielleicht gibt es hier auch andere Burger, oder so! Und hallo! Hallo, ich habe auf euch gewartet! Was? Jetzt kommt mal her, ich möchte mal durchkämpfen! Warte mal, was? Au! Moment mal! Warte mal, warum greift er mich an? Hilfe! Hier, Leute, Schneebele! Schneebele! Au! Oh Gott, oh Gott! Au! Ich bin fast tot, Hilfe! Ihr seid nicht in eurer Welt! Ihr seid in einer anderen Dimension, und ich werde euch alle töten! Oh, was? Nein! Oh Gott, der hat ja... Oh, wie viel hält der aus? Oh Gott, aber wir haben goldene Äpfel, Leute! Esst die! Der ist ja mal super stark! Eure goldenen Äpfel werden euch nicht helfen! Ich werde euch zu Eiscreme vermachen! Oh, nein, bitte nicht! Warte mal, noch die Hälfte leben fast! Ja, das schaffen wir, Leute! Oh, ich glaube... Ihr schafft hier gar nichts! Oh Gott, oh Gott! Ihr seid... Der Typ hält ja so viel aus! Ich halte alles aus! Ihr seid nur ein paar Lachnummern! Und... Warte mal! Ich glaube, ich verstecke mich auf dem Klo! Ihr schafft das schon, oder? Ja, ihr schafft das auf jeden Fall! Noch ein bisschen links, komm, wir hauen drauf! Das schaffen wir jetzt! Oh, ich hoffe, ich hoffe, dass wir gehen! Oh, es ist Nilla! Was soll das? Warte mal, ich sterbe ja wirklich! Oh, Zauber! Alter, was war das denn? Wir haben es wirklich geschafft! Sind wir jetzt hier in dieser Dimension gefangen, oder was wollen wir jetzt machen? Irgendwie fühlen wir sich eigenartig hier an! Wie kommen wir wieder zurück? Ich will wieder nach Hause! Äh, warte mal, wo sind wir rausgekommen? Irgendwo hier, oder? Vielleicht ist hier irgendwie ein Wurmloch oder so ein Portal oder so? Hallo! Der hat rein da! Oh, okay, hier ist, glaube ich, gar nichts, oder? Lami, Lix, ich habe uns was mitgenommen! Ich meine, wir sind hier in der Dimension, warum sollen wir uns dann keinen Burger mitnehmen? Äh, da hast du eigentlich recht, Emily, aber ich möchte jetzt lieber nach Hause! Ja, ich möchte auch nach Hause, vielleicht ist das ja so ein vergifteter Dimensionsburger! Hm, äh? Was ist das denn? Weiß nicht, vielleicht einen Knopf für den Ofen oder so? Drück den mal! Äh, äh? Äh, äh? Leute? Sind wir wieder zu Hause? Ich, ich glaube... Wartet mal! Ja, ich glaube schon, das fühlt sich echt gut an! Bleib mich mal! Oh! Los, komm her, Lami! Äh, komm doch her, ich bin der Stärkere! Ja, hier kriegst du einen von links! Äh, oh, warte mal, Emily, die will so... Hey, nicht mit dem Schwert! Aber bleib hier! Ruhig, Emily! Okay! Ruhig, okay! Ähm, wir waren jetzt bei Ice Cream. Wo wollen wir jetzt hin? Zur Horror-Aliere? Bist du sicher, dass du da reingehst? Äh, ich glaube... Wollen wir da zuletzt rein oder... Wollen wir da jetzt rein? Oh, Junge, ich weiß nicht, ob der nächste Gegner wieder genauso stark ist. Ich hoffe, dass wir das überleben. Also, der sieht auf jeden Fall am gruseligsten aus. Ich weiß immer noch nicht, wie der heißt. Und los, Freunde! Hä? Los! Oh, hallo? Wir sind... Wir sind... Oh, das sieht jetzt schon aus wie ein Albtraum, Leute. Das ist ein richtiger Albtraum. Oh, wir sind in der Schule. Das ist ja echt ein Albtraum hier in der Schule. Hallo? Hallo, ist hier jemand? Glaub ich, hier ist alles normal, oder? Was ist, wenn wir nach oben gehen und unsere Noten ändern? Glaubt ihr, das wird doch in unserer Welt geändert? Boah, das weiß ich gar nicht, ob das so funktioniert. Wartet mal. Ich gucke mal nach deiner Akte. Lix, bei dir steht drin, dass du doll stinkst. Was? Das haben die Lehrer da reingeschrieben? Was? Nein, das war nur ein Witz. Oh, okay. Ich dachte schon, ich dachte schon. Oh. Pass auf, hier ist der Direktor. Äh. Der Direktor Lamy. Hallo, Herr Direktor. Hallo, Lix. Ähm. Ja, du wurdest nach oben gerufen, weil du im Unterricht mit deinem Handy gespielt hast. Äh, ich habe nicht mit meinem Handy gespielt, das stimmt gar nicht. Ach so. Ja, okay, dann hat mich wohl die Lehrerin auf den Arm genommen. Ich glaube dir. Okay, aber warte mal, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, diese Lehrerin. Oh Mann, äh, wartet mal, das war das Grusellehrerin-Portal, oder? Oh nein, oh nein, sag mir jetzt, nein, wir denken gerade nicht dasselbe, oder? Äh, ich glaube, das ist ihr Klassenzimmer, richtig? Mhm. Nimm das Schwert in die Hand, Freunde. Seid ihr bereit? Hast du was gesehen? Ja. Wirklich? Ja. Wirklich jetzt? Äh, oh, 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 Lehrerin. Hahaha, da seid ihr ja, ich habe euch erwartet. Kommt rein, kommt rein, kommt rein. Oh Gott, äh, los, Freunde, lass uns hier umklatschen. Oha. Die ist total stark und mega fies. Ah, oh Gott, oh Gott, ich glaube, die will meine Burger aus der Tasche ziehen. Ich wollte die Lehrerin schon immer schlagen. Ah, Alex, Emily und Lahm, ihr könnt alle nachsitzen bei mir. Niemals. Niemals, du wirst nachsitzen bei dir in deiner Dimension. Oh Gott, Freunde, ah. Du fiese, blöde Kuh. Oh, wir können die jetzt einfach verprügeln, das ist echt cool, Freunde, oder? Oh, ja. Ist ja nicht cool, der mal auf den Kopf hat. Aua, 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 ihr tut mir weh, oh Mann, das ist unfair. Gebt ja auf die Nuss. Oh, 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 oh. Los, Freunde, der letzte Schlag ist gleich dran. Aua. Wir haben es geschafft. Yay. Oh, ich musste nicht mal einen Goldapfel essen, die war echt schwach, ey. Oh, die ist doch auch eine alte Dame. Also, ich habe einen Goldapfel gegessen. Noob. Oh Mann, aber warte mal. Wie kommen wir jetzt wieder hier raus? Hier ist so ein Knopf. Und? Los. Oh. Oh, okay. Das heißt, wir haben jetzt beide Portale benutzt. Das Ice Cream Portal und das Horror Lehren Portal. Gebt auf jeden Fall jetzt schon mal dafür einen Daumen nach oben. Und abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir gehen jetzt in das letzte Portal rein. Freunde, seid ihr bereit? Oh, das wird gruselig. Äh, los. Und, ah. Hä? Hä? Leute? Hallo? Wartet mal. Was soll das denn jetzt? Bin ich jetzt alleine hier reingesprungen? Nee, ich habe doch Lix und Emily hier reingeschubst. Wartet mal, ist das denn irgendwie ein Fehler oder so? Hallo? Nix? Emily? Hä? Das kommt doch von da unten, oder? Hä? Oder kommt das von der Kirche? Oh Gott, ich weiß es nicht. Hä? Hä? Leute, ich komme. Hä? Hallo Lavi, ich habe um dich gewartet. Ich möchte ein Spiel mit dir spielen. Was für ein Spiel. Was bist du denn für einer? Geh weg von mir. Oh Gott. Oh, ich weiß immer noch nicht wieder. Hä? Das ist der, Freunde. Das ist der mit dem Dreirad. Ich habe deine Freundin schon unten gefangen im Keller und du bist der Nächste. Hörst du sie schon schreien? Ah, Freunde, ich rette euch. Oh Gott. Oh, ich glaube, den werde ich niemals alleine bekommen. Oh, wartet mal. Ich möchte kein Spiel mit dir spielen. Hör auf und lass sie mal frei. Oh, oder ich mache dein kleines Dreirad kaputt. Du machst hier gar nichts kaputt. Ich mache nämlich dich kaputt. Genauso wie deine Freunde. Und ihr werdet niemals von dieser Dimension rauskommen. Ihr seid gefangen. Hä? Wartet mal. Lex, Emily, wo seid ihr? Ich kann euch nicht verstehen. Ihr müsst deutlicher reden. Oh Gott. Bist du so blöd? Die haben Tomaten im Mund. Oder eine Socke. Oder Toastbrot. Ich weiß es nicht. Jetzt bist aber du dran, Lamy. Lass sie frei. Ah, ich bin gleich tot. Oh, ich habe noch goldene Äpfel, Freunde. Sag das doch früher, Freunde. Ich habe goldene Äpfel. Ich kann ihn nicht verlieren. Ah. Freunde. Ich komme jetzt einfach runter, ja? Oh Gott. Ihr müsst mir helfen. Alleine schaffe ich das niemals. Warte mal. Nein. Du darfst ihn nicht frei lassen. Ah. Auf jeden Fall kann ich ihn frei lassen. Und Leute. Was macht ihr hier? Die haben Atomir in den Mund gesteckt. Und was hast du im Mund? Du hast sie gegessen? Die sah ganz lecker aus. War die nicht mehr gut? Leute. Wartet mal. Ich bin euch hier mal frei. Ihr müsst mir auf jeden Fall helfen. Wo sind eure Ausrüstungen? Oh. Du hast deine noch? Hast du deine auch noch? Äh, warte. Oh. Oh ja, da ist sie. Wir müssen auf jeden Fall nach oben gegen diesen Typen kämpfen. Der hat euch hier einfach festgenommen. Oder wie kann ich das verstehen? Wir werden es ihm zeigen. Das werden wir nicht durchlassen. Auch wenn ihr jetzt zu dritt seid. Ich werde euch alle bekommen. Hä? Leute. Warte mal. Ich buddel uns hier frei. Okay. Los geht. Und wo bist du, Dreirad-Bobby? Hä? Wer ist hier der Dreirad-Bobby? Komm ruhig her. Da bist du ja. Und du hast sogar deine Freunde mitgenommen. Ihr werdet alle sterben. Du bist aber klein. Warte mal. Was soll das denn heißen? Ich bin nicht klein. Oh. Hä? Das ging ja einfach. Das ging aber mega fix. Aber ich glaube, alleine hätte ich das nicht geschafft. Wow. Oder ist er einfach nur verschwunden? Ähm. Ich weiß es nicht. Wir haben ihn, glaube ich, besiegt. Aber lass uns auf jeden Fall schnell in die richtige Welt gehen. Ich glaube, unten bei euch war sogar ein Knopf versteckt. Und... Oh, ja, ich will wieder nach Hause. Auf jeden Fall. Freunde, falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wir sind wieder in unserer Welt. Und abonniert diesen Kanal. Aktiviert auch rechts dann die Glocke, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir ein Video hochladen. Und, Freunde, ganz, ganz wichtig, kommentiert auch was Liebes in die Kommentare. Dann habt ihr die Chance, ins nächste Video zu kommen. Und schaut auch unbedingt bei meinem besten Freund Lix vorbei. Da haben wir so ein cooles Video gemacht. Das müsst ihr unbedingt abchecken. Checkt auch unsere Instagram-Accounts ab. Ist in der Beschreibung verlinkt. Und, ja, ich hoffe, ihr schaltet morgen beim Video ein. Und tschüss. Tschüssi. Tschüss.